hol ihn dir Manuel hol ihn dir jetzt komm schon wie viel Verträgen Jo the Headbanger Jo willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games heute mit dem Kit Chameleon am Start und ähm einem kleinen Thema das ich äh kurz erwähnen möchte Oh shit nur scheiße so ähm zum ersten das habe ich nein 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 das meine das ist meine mal ausgemacht ne okay war nur scheiße drin äh zum ersten ich habe führe seit längerem äh Page Account Page die hat vor kurzem die 1000 Follower Stufe erreicht und das werde ich erwähnen also also ich dachte mir so Fakten über Mannschaft äh so und da lachen wir ich erwähne einfach mal unter dem nächsten Bild Fakt Bild Fakt äh Dings Blabla äh das ich nicht nur noch habe das ist das 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 ein paar mit du zu bekommen und ja ich verwandt mich mit Schiff kurz vor uns stellt als Schwerpunkt bei den Schuhe über 1100 Follower ich verschiebt du hat ihn jetzt eineinhalb Tagen richtig heftigen eineinhalb Tage fast 100 Abus auf Instagram bekommen war nicht ziemlich nice ok oh mein Gott die Flecke der Verpist sich hat auch ein Eis und Scherz und zumalig Ok dann versuche das und diesen kleinen Ficker der Downkrieg ich werfte mal wie eine Pussy um er wird stehen genau ich habe meinen Namen geändert ich habe jetzt von Willow-Football in Muster Corp so genannt werden wir stehen du Arschloch ok nice dann haben wir schon mal eine gute U Rüstung auf dem Umgang weil diese Name Willow-Football war einfach kage und ja genau ich bin eh wie das sich bei ich brauche unbedingt wieder Felsvieh oh ich höre scharfe ich höre scharfe das ist gut ok ok 78 Blöcke raus 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 ähm äh äh egal ok soweit so gut genau wir können uns dann einfach so in Tiere verwandeln uns sehen uns dann die Mitspieler aber sobald wir angreifen beziehungsweise wie geschlagen werden oder äh wie es sie schlagen werden wie das sichtbar muss sagen die Welt ist echt weiß man kann die richtig fett überraschen wenn man die ersten zwei drei Hits landet hintereinander dann haben eigentlich schon den Gegner damit kriegt so gut wie ok ich denke mich ein bisschen lang zack zack auch nicht in Sumpf das sind keine Bäume und auch keinen Schutz abweich ich sag und ich möchte ok das ist akzeptabel ich möchte noch bis zum Zeugs Prozent eisen Gold Goldbrust und mit Kraft ich finde Gold diese richtig unnötiges äh richtig unnötige Ressourcen kacke mein Gott ich hasse diese Goldbrust einfach nur so sie sieht einfach scheiße aus ich meine die Brust-Panzer so x-mal nice gut dann so so einfach dass man hier noch winnen sechs Leute noch plus mich plus mich gut das Deutsch plus mich bin ich überhaupt mit viel ich glaube von bis jetzt nicht attackiert oh es war wahrscheinlich nur Müll aber egal so zack 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 einer wurde gekillt ich hab das Gefühl die anderen haben schon ein bisschen bessere Rüstung was eh nicht so nice ist das ist ein bisschen Gold auf die auch okay das nicht so mega gut geküppt doch werden als ich bin es ja nicht hohen würde aber davor von Warns nicht dieses Menschen Hünschel wenn der Bastertin ich will abstaunen Moment wir warten es kurz wir warten kurz oder ich hole mir den da hinten um den haben wir abgestoppt können wir den noch mit Fallen holen egal ich hoffe der überrascht mich jetzt nicht nein fuck that weh ich werde jetzt getauscht weh 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 so nicht so jetzt schnell von weh 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 was okay gut 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 nun ist richtig nice weil wenn du hier stehst und der Gegner eben oder hinten der sieht dich ja nicht und du kannst die Insel das Hund ist sehr schmaler als ein Block äh kleiner der hat denn dir schwert äh was durch den Slot rein das hier so wie es ist und wieder richtig nice Ausrüstung soweit so wie schaut denn auf kann ich ihn noch so überraschen fuck that fuck that fuck that fuck fuck was mit dir los oh shit dennoch niedergeknüppelt oh der hat die Golderpfe richtig viele zwei Stück das ist erkannt schon viel ähm die Eisenhuse würde ich doch bitte haben jetzt bevor ich getauscht werde nice und das Gold noch und die Diamanten nice okay dann haben wir den auch die Gäste nur noch zwei Spieler ich verwandle mich mal profisorisch in das Schaffte ne nun ist immer besser so schön klein heilige Scheiße da ist er ja schon ich sehe da noch zwei Blöcke oder es ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020